Guten Morgen, heute mache ich mit euch Mandelmilch, die ist aus der Degusta-Box. Mandelmilch mit Bananen, Apfel, Haselnuss, Viersamen und Kokosflocken, Haferflocken und Ingwer. Und dazu Halszimt. Pressen wir Mandelmilch an. Und dazu Halszimt. Und dazu Halszimt. Und dazu Halszimt. Hier ist wir Chiasamen und Kokosflocken. Haarflocken und jetzt auch Ingwer und Zimt. Und natürlich jetzt das Wichtigste beim Mandelmilch. Dann mixen wir jetzt mal. Spätig. 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 Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.